Die Tessiner Stimmberechtigten An manchen Orten im Tessin kam es allerdings bereits zu Ausschreitungen. Militante Nichtraucher zündeten während einer Demo Zigaretten und Zigarren an. Der Leserbrief. Da beißen Hunde Kinder und sie werden nicht verboten, aber das Rauchen in der Öffentlichkeit soll verboten werden. Herr S. aus Z. fragt sich. Wo führt das hin? Ich würde sagen direkt in Restaurants mit abgetrennten Beißer und Nichtbeißer zum Themenwechsel. Kunden protestieren bei der Mikro gegen eine Kopftuchtragende Kassiererin. Ein Großteil unserer Kunden fühlt sich durch das Kopftuchtragen gestört, sagt Mikrosprecherin Jacqueline Piesler. Die Mikro verfolgt laut Piesler diesbezüglich eine tolerante Politik, solange sich die Kunden nicht beschweren. Die Kassiererin hat von sich aus das Kopftuch abgezogen. Man könnte zur Hebung des friedvolleren Zusammenlebens wenigstens in den größeren Mikrofilialen Darkroom-ähnliche kleine Hinterräume einrichten, in denen das Kopftuchtragen gestattet ist.